Am 14. Februar beginnt in China ein neues Jahr. Das Jahr des Tigers. Gleich erleben wir den schönsten Teil des Neujahrsfestes. Disney XD präsentiert echte China-Helden. Jake Long, Shaolin Wusang und Jackie Chan. Starte mit ihnen gemeinsam voll durch. Junge, da ist vielleicht was los. Willkommen im Jahr des Tigers. Demnächst auf Disney XD. Das ist ein...